Das ist ein Plastikstück von einem Stift, ne? Ja, bestimmt von so einem Filzstift, ne? Und hier ist ein bisschen... Was ist das? Das ist Gewürz? Puderzucker? Ne, das war... ...ein bisschen... ...Appelmus. Ah! Boah! Extra viel Puderzucker. Sagst du, möchtest du mal probieren? Ja klar! Puderzucker drauf? Das ist zu viel Puderzucker. Das ist...